Die von unserer Redaktion vergebene Endnote für dieses Kruppsprodukt lautet 8 von 10 Punkten. Online ist es der Verkaufsschlager. Seine Eigenschaften sind, leicht zu reinigen, Stil, Geschmack, Wärmeleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geräuschbegel. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen oder mehr darüber erfahren möchten, klicken Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung. Die Endnote für diesen Krupps Artikel ist 8.4 von 10 Punkten. Es hat im Moment das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Stärken sind, Wärmeleistung, Geschmack, Qualität, Haltbarkeit, Geräuschbegel, Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie können dieses Produkt kaufen oder weitere Informationen erhalten, indem Sie auf den Link am Ende der Videobeschreibung klicken. Die Endnote für dieses Krupps Produkt ist 8 von 10 Punkten. Es ist derzeit das exklusivste in dieser Auswahl. Seine Funktionalitäten sind, Wärmeleistung, Geschmack, Mixerleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie weitere Informationen suchen und den aktuellen Preis für dieses Produkt sehen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Die Gesamtbewertung für diesen Krupps Artikel ist 8.6 von 10 Punkten. Dies ist unsere beste Wahl. Die Stärken sind, Wärmeleistung, Geschmack, Preis-Leistungs-Verhältnis, Komfort. Den Link zu diesem Produkt mit allen Informationen und dem aktuellen Preis finden Sie am Ende der Videobeschreibung. Die Gesamtnote für diesen Krupps Artikel lautet 8.6 von 10 Punkten. Es ist das offensichtlichste aus dieser Auswahl. Seine Besonderheiten sind, Geschmack, Mixerleistung, leicht zu reinigen, Qualität, Haltbarkeit, Geräuschbegel. Am Ende der Beschreibung dieses Videos finden Sie den Link zu weiteren Informationen oder den aktuellen Preis dieses Produkts. Dieses von Krupps hergestellte Produkt erhielt 8.2 von 10 Gesamtpunkten. Es ist das Produkt, das am häufigsten verschenkt wird. Seine Stärken sind, Geschmack, Wärmeleistung, leicht zu reinigen, Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn Sie weitere Informationen zu diesem Produkt wünschen oder es kaufen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung am Ende des Videos. Krupps hat ein Produkt hergestellt, dem wir eine Gesamtbewertung von 8.6 von 10 Punkten gegeben haben. Es ist derzeit das am meisten gewünschte. Seine Stärken sind, Preis-Leistungs-Verhältnis, Geschmack, leicht zu reinigen, Wärmeleistung, Geräuschbegel. Den Preis für diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie über den Link am Ende der Videobeschreibung. Untertitelung des ZDF, 2020